Willkommen zum Auflösungsvideo für jeweils ein Eiersandgemisch von Triops Cangreformis. Vielen, vielen Dank geht nochmal raus an Leons World of Animals. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt viel, viel, viel Glück und losen wir aus. TS hat den ersten gewonnen. Dann bitte an die Mailadresse schreiben, die im Gewinnspielvideo steht. Und nun einen weiteren Gewinner. Mantidenparadies, meld du dich auch bitte. Ja, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video, beziehungsweise auch Gewinnspiel. Und seid bitte nicht traurig, wenn nicht gewonnen hat. Beim nächsten Mal gibt es wieder was zu gewinnen. Tschüss!